Moin da draußen, wir haben momentan Schnee in Berlin und ich dachte mir, passend dazu, stellen wir einfach mal im Profilhintergrund auf Schnee um. Das heißt, wir werden uns heute die Erdsängel im Schnee angucken. Leider wirft hier keiner Schneebälle, finde ich ein bisschen underwhelming, aber gut, man kann ja nicht alles haben. Ich habe allerdings gesehen, dass hier im letzten Video über die Ruinen viele Leute von euch dieses Format anscheinend gefeiert haben. Deswegen machen wir das weiter und wir gucken uns in dem Video eine Monsterfamilie an, die niemand sich gewünscht hat, aber die ihr trotzdem kriegt. Und das sind die Erdsängel. Keine Sorge, ihr guckt mir natürlich auch noch die ganzen Sachen an, die ihr auch in den Kommentaren dazu geschrieben habt. Ich hatte auch gesehen, so User wie zum Beispiel der gute Herr Tyson, die hatten so eine kleine Wunschliste, was das angeht. Guckt sie euch nur mal in Ruhe an. Also ich kann sagen, ist marginal. Also sehr wenige Wünsche hatte er, wenn die Weihnachtsliste auch so aussah. Kein Wunder, dass der Weihnachtsmann nicht kam, Alter. Gut, trotzdem, ich nehme eure ganzen Hinweise und Wünsche natürlich auf und versuche sie in den nächsten Videos dann auch mit zu verarbeiten, und wenn weiter so eine Monsterfamilien-Videos kommen hier, ihr werdet das Ganze in der Playlist noch zusammenfügen und dann, dass es einfach gebündelt für euch konsumierbar ist am besten. Wir gucken uns in diesem Video heute die Erdsängel an und damit quasi Ariel bis Fermion, alle fünf. Ich habe ein paar Recherchen gemacht, die laut Deutsch heute noch länger dauern, was so die LD-Varianten wie immer angeht, aber ich habe wieder was gefunden, Leute. Und deswegen würde ich sagen, springen wir auch direkt rein zum Ariel. So, bevor wir uns damit auseinandersetzen, wie hier geruhnt wird, ist natürlich nochmal eine wichtige Frage vorab. Zu einem richtigen Erzengel-Guide gehört natürlich auch die Entscheidung bzw. Diskussion wird es jetzt hier nicht geben, weil es ist eigentlich nur eine Entscheidung, die es hier gibt. Ein Call und der heißt rein, nämlich rein in den Erzengel-Skin, Leute. Also wenn ihr, ein Pro-Tip von meiner Seite, wenn ihr die Erzengel benutzt und ruhen wollt, bevor ihr das tut, und der erste Call ist erstmal Skin. Ja, also Skin, größer Skill, der Call ist hier wirklich wichtig an der Stelle. Guckt euch bitte die Erzengel-Skins an. Also wer die Erzengel nicht skinnt und in dieser Vanilla-was-auch-immer-Version, wie sie dort aussehen, sehen aus wie kleine Pappfiguren irgendwie, wer sie nicht skinnt. Also bitte macht das Video aus. Deswegen, Skin ist sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht. Fermion, guckt euch den an, wie der aussieht, Bruder. Die sehen halt richtig, richtig gut aus. Die Erzengel, die wirken halt nur richtig gut, wenn sie geskinnt sind. Also bitte, tut mir und allen anderen da draußen eingefallen, skinnt eure Erzengel. Vielen Dank. So, und für unseren Blick auf Ariel, gucken wir uns mal ein bisschen genauer das Profil von dem guten Dangerous an. Ja, aka Makubu. Man kennt ihn vielleicht auch noch aus dem Twitch-Umfeld oder aus einem der Videos hier zu den 37-Tage-Beginner-Account. Aber wir gucken uns mal hier ein bisschen genauer eher an, wie er seinen Ariel gebaut hat. Was nämlich sehr interessant ist. Hier ist nämlich mal ein recht ordentlich gebauter Ariel. Wir gucken uns vorher nochmal an, was kann Ariel überhaupt? Für alle, die Ariel vielleicht noch nie gesehen haben. Ariel ist quasi eher so ein Support-Unit, die auf der ersten Fähigkeit dem Gegner Single-Target immer einen vorteilhaften Effekt runternehmen kann. Und diese Fähigkeit skaliert auf Defense. Also je mehr Defense ihr habt, umso mehr macht der Schaden. Lasst euch jetzt nicht davon abbringen, also nicht, dass ihr jetzt anfangt auf einmal den auf 4 Defense und Crit-Rate, Crit-Damage zu bauen, würde ich eher davon abraten. Wenn ihr sowas macht, dann eher ein Fun-Bild. Habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Stattdessen ist Ariel wirklich ein richtig guter Support, der vor allem durch Heilung und jetzt mittlerweile auch durch Cleanse, also durch quasi Debuffs runternehmen, sehr, sehr gut ist. Und damit wirklich eklig ist in Verbindung auch mit seinem Leader-Skill. Wenn wir uns meinen Leader-Skill angucken, ergibt 50% HP für verbündete Wassermonster. Das ist gerade in Kombination mit, also in der Arena kann das sehr stark sein, in Kombination mit Monstern wie Rina oder Camilla. Also quasi noch ekligeren Wassertanks, die einfach dadurch noch mehr Tanki werden und irgendwie nicht wegsterben. Und selbst ein Luschen damit wirklich, ein einzelner Luschen damit wahrscheinlich auch schon Probleme hat. Zweite Fähigkeit, Sägen des Erzengels, regeneriert die HP des Ziels um 50%. Da hat sich auch nicht viel verändert über die Jahre, also ist quasi ein Single-Target-Heal. Ein Monster wird geheilt und wenn, sagt man, ein Healblock drauf ist, funktioniert der Spell nicht. Auch ein bisschen schade. Dritte Fähigkeit, Weihwasser, war eigentlich sehr ähnlich in der Vergangenheit zu dem zweiten, dass einfach nur ein AoE-Heal, also diesmal dann über mehrere Monstern Heal passiert ist. Und wir haben noch zusätzlich diesen Heilungs-Buff bekommen, dass man über Runden dann immer ein bisschen prozentual dazu heilt. Jetzt ist aber mit dem letzten Patch bei Ariel nochmal hinzugekommen, dass 50% der HP natürlich immer noch geheilt werden. Aber wir erhöhen jetzt sogar die Angriffsbalken aller Verbündeten um jeweils 20%, so wie es hier eben steht. Und ihr erholt drei Runden lang 50% HP entsprechend der schädlichen Effekte der Verbündeten, deren schädliche Effekte entfernt worden sind. Langer Satz. Ja, also das heißt, je mehr schädliche Effekte eure Verbündeten drauf hatten, umso mehr Heilung bekommen sie dann am Ende. Nicht so schlecht, ja. Von daher ist da wirklich eine richtig eklige Unit, die sehr viel healen kann. Aber, jetzt nicht zu den Gedanken kommen, viele kommen jetzt meistens auf die Idee, Hey, man könnte Ariel doch genau auf Grundlage dessen, wegen dem Beiwasser, in der Raid-Frontline spielen. Also, ne, es gibt vielleicht noch den einen oder anderen da draußen, der noch kein Ballige Jansen R5-Team hat. Ja, ansonsten, wenn ihr sowas mal bauen wollt, ich hab da ein Video zugemacht, checkt das gerne mal aus. Ballige Jansen R5-Team braucht natürlich kein Ariel. Aber wenn ihr noch ein normales Ariel-Team spielen, also noch ein normales Raid-Team spielen solltet, wo ihr vielleicht in der Frontline einen Cleanser braucht, Ja, in der Theorie wäre Ariel hier der richtige Pick, aber das Problem mit dem Weihwasser ist, dass dieser Spell erst dann quasi von der KI angewendet wird, wenn eure Verbündeten low genug HP haben. Das bedeutet, wenn die nicht low genug HP haben, aber trotzdem gedebufft sind, gerade auch im Raid, macht er kein Weihwasser. Ja, also zumindest sind sie die Tests, die mir der gute Makubu hier im Raid mal gezeigt hatte. Und ich dachte mir, wir lassen einfach mal die Information hier, nicht, dass Leute anfangen, Ariel jetzt hart in die Frontline zu stellen. Unabhängig davon ist Ariel aber in anderen Bereichen durchaus nutzbar und mittlerweile sogar in seiner Rolle, wenn man sich die Erzengel so anguckt, sogar noch mal ein bisschen im Ranking gestiegen durch den letzten Buff. Wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an, wie der Makubu hier das Ganze nutzt, beziehungsweise der gute Dangerous, je nachdem wie ihr ihn im Netz nutzen wollt, nutzen wollt. Okay, wir gucken uns mal ein bisschen genauer an, wie er das macht. Er macht das hier auf dem Speed-HP-HP-Bild auf Triple Nemesis. Ja, also dieses Monster ist hier direkt für die Arena-Defense gebaut. Ich kann das doch gleich noch mal zeigen. Ich hoffe, dass seine Arena-Defense, ich glaube, die steht gerade nicht draußen. Das war ziemlich, ziemlich eklig. Hat er gerade nicht drinne, okay, aber normalerweise habt ihr hier quasi Ariel, Doppel-Rena, Camilla ist halt so eine Stall-Defense, also so eine, die man gerade in der Rush-Hour vielleicht mal hinstellt, wo man einfach lange dran rumzuknabbern hat, weil die nicht sofort umfallen. Und gerade wenn man in einer Arena-Rush-Hour spielt, will man ja eigentlich schnell die Defenses clearen, um einfach vom Ranking her zu steigen. Und wenn man sich da ewig mit einem Ariel und zwei Renas und einer Camilla aufhält, ist das schon eklig. Und so könnte man Ariel theoretisch ruhen. Deswegen ist er hier auf einem Triple-Nemesis-Bild. Also das heißt, wenn ihr mit einem HP droppt, dann kickt quasi das Nemesis-Set rein. Deswegen ist es auch wichtig, dass euer Ariel, wenn ihr den noch so baut, nicht zu langsam ist. Also so trotzdem, dass ihr so die 200 Speed angepeilt wieder mal. Ja, so 200 Speed. Wäre schon so eine grobe Richtlinie, sag ich mal. Dann so tanky wie möglich. Also wirklich die HP nicht vergessen, gerade weil ihr halt auch gegen Lucians überleben müsst. Heißt das, dass ihr, wenn Lucian Defense ignore hat, gehtet ihr sozusagen auf eure HP drauf. Und da müsst ihr halt einfach genug HP haben. Deswegen achtet wirklich auf die HP. Vergesst trotzdem die Defense nicht, falls es mal kein Lucian ist, der euch angreift. Und hier ist eine gute Mischung trotzdem wichtig, aber vor allem die HP. Okay, deswegen Speed, HP, HP. Oder wenn ihr könnt, HP, 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 Triple HP geht natürlich auch. Dann aber nicht vergessen, braucht ihr deutlich mehr Speed in den Substats. Und noch zusätzlich Resistance. Den Vorteil, den Ariel natürlich hat, er erweckt in Resistance. Also er erweckt in Widerstand. Das heißt, so viel Resi braucht ihr hier quasi nicht. Er hat, glaube ich, von Anfang an schon 40 Resistance. Ich glaube, jeder startet mit 15. Wenn man nochmal 25 dazu mit Erweckungsprefekt bekommt, dann ist man bei 40 Resistance. Das heißt, euch fehlen nur noch 60, die ihr dann ausgleichen müsst mit Runen. Ja, das ist nicht so schlecht. So kann man Ariel auch nutzen. Man kann Ariel aber allerdings auch noch nicht nur in der Arena Defense, sondern auch im Gehen- und Belagerungskampf nutzen. Und da möchte ich euch ein etwas anderes Bild mal zeigen, den ich mir wieder mal aus den Wirtboss-Scores rausgezogen habe. So ein etwas anderes Bild, den ich hier gefunden habe, wie man Ariel auch noch spielen kann im Gehen- und Belagerungskampf, ist, wenn man ihn zum Beispiel so als eine Art Sierra-Tank nutzt. Also generell, ich weiß nicht, ob ihr den Gehen- und Belagerungskampf kennt, aber man spielt generell im Gehen- und Belagerungskampf vor allem darum, sozusagen sich einen Attribut, Vorteil oder Nachteil eines Monsters zugute zu machen und dann entsprechend wirklich einen Monster zu picken, wie zum Beispiel ein Wassermonster gegen eine Sierra, ja, also die Windorakel, die ihr mit den Bomben immer richtig rumhantiert. Und die greift dann, wenn ihr nur dieses eine Wassermonster habt und noch zwei andere vom gegenteiligen Element von Sierra, dann greift Sierra halt primär Ariel an. Und das könnt ihr dann mit diesem Runenbild hier, der hier, sag ich mal, so in die richtige Richtung geht, ich habe jetzt noch keinen besseren gefunden, der in die Richtung geht, ihr könnt hier dann quasi sagen, okay, wir machen hier wieder sehr viel HP drauf, von den Werten hat sich nicht so viel verändert, außer dass er langsamer ist. Der müsste hier noch ein Stück schneller wieder sein, aus meiner Sicht, hier fehlen auch noch Daten, äh, ich fehlen auch noch ein bisschen mehr Stats, aber ich habe jetzt keinen besseren gefunden, aber der ist auf einem anderen Set nochmal drauf, der ist hier auf einem HP-HP-HP-Bild, ähm, um einfach sowas wie zum Beispiel eine Bombe von Sierra tanken zu können, ähm, trotzdem ihr dann da sozusagen, also ihr tankt dann quasi letztendlich einfach nur, äh, die Sierra bomben. Oder ihr könnt hier sogar statt Vio Nemesis auch theoretisch Vio Wille spielen für die erste Runde, dass dann die Sierra einfach als, äh, gehenden Belagerungskampftank, äh, den Ariel versucht zu bomben, aber wenn ein Wille-Set drauf ist, dann ist halt eh egal so, ne, von daher, ja. Ja, das wäre eine Möglichkeit, in Nemesis ist natürlich auch möglich, ähm, äh, aber mit Nemesis ist immer die Frage, wenn ihr nur ein Nemesis-Set drauf habt und ihr droppt HP, äh, äh, ihr seid aber sehr langsam, dann, äh, bringt euch der Nemesis-Set-Effekt nicht so viel, weil ihr dann selten sofort an den Turn wiederkommt. Das heißt, ein bisschen Speed, wenn ihr nur ein Nemesis-Set habt, äh, solltet ihr schon dabei haben, sonst ist das Nemesis-Set so ein bisschen wasted. Alternativ zu diesem Triple-HP-Bild, wie wir ihn hier gerade so sehen, mit HP, 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 ne, Triple-HP logischerweise, äh, kann man den auch auf Speed-HP, HP bauen auf diesem Bild, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Speed würde ihm wahrscheinlich nicht so schaden. Dann aber nicht die HP vergessen dabei, äh, so diese, diese Stats, nur mit ein bisschen mehr Speed, wären schon ziemlich fein auf Ariel, um dann quasi so eine Sierra-Bomben, äh, tanken zu können. Das war so der kleine Überblick zu Ariel. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter hin zu dem guten Veladjul. Das nächste Monster im Bund ist Veladjul. Erste Fähigkeit, himmlisches Schwert, analog zu Ariel. Hier hat sich nichts verändert. Zweite Fähigkeit ist Bestrafung und die macht ihrem Namen alle Ehre. Also Bestrafung ist wirklich so, ne? Fügt mit Bestrafungsflammen drei Runden lang Continuous Damage zu. Kontinuierlicher Schaden ist jetzt, äh, ja, ist nett. Dafür haben wir die aber nicht. Sondern der zweite Nachsatz ist wieder wichtig. Skaliert auf Defense und, äh, hat vor allem, sind übersehen vielleicht viele, hat zwei Runden Cooldown. Zwei Runden ist ziemlich gut. In einem der letzten Patches hat sich, kommt so was aus irgendwelchen Gründen. Ich möchte nicht meckern. War eine gute Änderung. Ich bin ja auch Veladjul-User. Ähm, war eine gute Änderung. Haben sie irgendwie den Cooldown nochmal von drei Runden auf zwei Runden reduziert? Aber darüber der Praktikant da gesoffen hat. War richtig gut. Gebt ihm mehr davon. Ja, wir können ihn noch gerne auf eine Runde runtersetzen. Dann Outdoor-Texte mit Bestrafung. Richtig gute Änderung. Richtig stark macht ihn das auch, was den Damage-Output angeht. Und Heiligtum ist eine der wirklich richtig starken Spells von Veladjul, was ihn aus meiner Sicht von den Erzengeln, äh, wirklich zu einer Top-Tier-Unit macht. Also Veladjul sieht man regelmäßig in der Real-Time-Arena. Man kann den fast, also bis auf die PvE-Contents, kann man den im PvP-Bereich gehen im Belagerungskampf. Selbst in der Arena-Defense kann man den Zuger spielen oder für eine Bruiser-Offense kann man Veladjul hier spielen in der Arena. Also der ist wirklich sehr flexibel einsetzbar, gerade auch durch seine dritte Fähigkeit. Die bufft, so quasi nochmal drei Runden Immunity, erhöht die Angus-Balken eurer Verbündeten und cleansed das gesamte Team, also sozusagen entfernt alle schädlichen Effekte, vier Runden Cooldown, solide Fähigkeit. Und der Leader-Spell ist nochmal 50% HP-Lead für Feuer. Generell haben wir glaube ich alle Erzengel diese 50% Element-Lead für HP. Von daher ist das schon mal, ja, das haben quasi alle Erzengel so. Schauen wir uns die Run-Situation ein bisschen genauer an. Veladjul würde ich empfehlen auf einem Damage-Bild zu bauen. Speed-Crit-Damage-Defense ist the way to go. Also hier habe ich ihn auch. Speed-Crit-Damage-Defense auf Vio-Ville kann ich sehr empfehlen. Vio-Ville, das ist hier wieder so meine Variante. Meine Count ist aktuell die Einsteiger-Variante, würde ich es mal wieder so nennen. Wenn ihr wenn ihr quasi anfangt eurem Veladjul solide zu ruhen, ich bin der Meinung, der ist schon nicht so schlecht geruht, aber ihr seht hier ist trotzdem nach Potenzial. Ja, also ich habe hier keine Artefakte drauf. Ihr könnt also nochmal locker 200-Defense-Minimum rauf plus zusätzliche Schadenseffekte, die über die Artefakte noch generierbar sind. Trotzdem glaube ich so, um wirklich einen ordentlichen Veladjul zu bauen, ist das hier vielleicht so das Einstiegsbrett so an die Richtung solltet ihr euch anpeilen. Das heißt, Minimum 70-Krit-Rate, möglichst eigentlich mehr. 85 wäre schon schön. Ja, 85-Krit-Rate, so hoch wie möglich halt die Krit-Rate. Ihr müsst nicht unbedingt 100, aber dass ihr wenigstens die 85 habt, wäre schon nett. Krit-Damage natürlich auch wieder so viel wie möglich. Speed, wichtiger Wert. Mindestens, dass ihr mindestens die 200-Speed knackt. Also insgesamt 200-Speed knackt. Meiner ist hier ein bisschen drüber sogar noch. Wenn ihr noch schneller seid, ist das auch nicht verkehrt. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie spielt ihr ihn. Das ist der Veladjul, den ich so gebaut habe. Ich würde hier vor allem darauf achten, dass ihr natürlich recht viel Defense drauf packt. Also ihr kann auch durchaus mehr drauf, als bei mir, das hier der Fall ist. Aber auch die HP nicht vergesst. Das sehe ich sehr häufig, dass Leute einfach vier Defense und mal pushen auf diese Defense-Damage-Dealer. Selbe Thema hatten wir bei Taranis im Übrigen auch bei den Druiden. Aber ihr dürft die HP nicht vergessen. Also ein gutes HP- und Defense-Verhältnis ist hier wirklich wichtig. Sonst, gerade wenn euch Monster mit Defense-Ignore angreifen, kippt ihr halt einfach um. Ja, weil wenn ihr keine HP habt, sterbt ihr einfach so weg. Wollt ihr nicht. Oder wenn ihr einfach einen Defense-Break kassiert, auch schwierig. Ja, dann sterbt ihr einfach so schnell weg. So schnell könnt ihr gar nicht gucken. Deswegen ein gutes Verhältnis aus HP und Defense ist nicht schlecht hier an der Stelle. Natürlich sollte mehr Defense dabei sein, weil ihr natürlich auch ein bisschen Damage drücken wollt. Es gibt noch alternative Builds theoretisch zu Villaguel. Man kann hier noch auf Speed, HP, Defense spielen. So mehr auf dem Support-Bild habe ich auch schon gesehen. Ist aber nicht mein persönlicher Favorit. Deswegen sprechen wir eher über die Damage-Variante. Ich zeige euch mal noch ein bisschen fortgeschritteneren Villaguel vom guten Dangerous, der noch ein bisschen bessere Stats hat, dass ihr einfach mal so seht, wo die Richtung hingeht. So, hier ist der Villaguel von dem guten Dangerous ein bisschen anders gebaut. Ein bisschen mehr der Fokus auf HP statt Defense. Ja, also finde ich persönlich nicht so gut, aber trotzdem wieder, ihr sehtet ja auch, wie der ist deutlich schneller als meiner, hat deutlich mehr Crit-Rate als meiner, ein bisschen weniger Crit-Damage. Ein bisschen anderes Verhältnis an Stats. Trotzdem wieder auf demselben Bild. Speed, Crit-Damage, HP. Ach nee, auf HP ist er sogar gegangen. Stimmt. Deswegen ist ja auch so wenig Defense dabei. Also ihr könnt ja durchaus noch ein bisschen mehr Defense rein, glaube ich, einfach weil Villaguel davon sehr profitiert. Aber der drückt trotzdem schon sehr viel Schaden. Auch mit so viel Defense drückt er recht viel Schaden. Hier seht ihr aber, das, was ich meinte, ein gutes Verhältnis aus HP und Defense ist hier nicht verkehrt. Ich zeige euch jetzt noch mal noch eine dritte Variante. Der ist hier auf einem Speed-Rate-Image-HP-Bild. Auch selten gesehen. Wollte ich aber mal zeigen. Und wir haben ja noch, ich habe noch einen aus den World-Boss-Scores wieder gefischt. Also World-Boss-Scores bedeutet ja, dass Leute, die ganz oben in den World-Boss-Scores stehen, meistens recht gut gerunte Monster haben. Und da habe ich auch noch jemanden rausgesucht mir, den wir uns jetzt noch mal angucken. So, wir sind hier auf dem Account von dem guten Korsen, heißt er wahrscheinlich. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich denke mal, so wird er ausgesprochen. Und der Kollege ist jetzt hier momentan auch in den Top-5 der World-Boss-Scores unterwegs und scheint sein Bellagio auch sehr ähnlich zum Mime zu bauen auf einem Speed-Crit-Damage-Defense-Bild. Hier auch die Runen wieder sehen, sehen wieder sehr, sehr juicy aus teilweise. Oh, die sieht auch nicht schlecht aus hier. Da sind wirklich recht gute Runen dabei. 23 Speed, auch nicht schlecht. Ja, was sagen die Artefakte so? Schaden an Wind-Attribut. Dat böllert natürlich noch mehr, wenn man sowas dabei hat. Ja, und zweite Fähigkeit, Crit-Damage, erste Fähigkeit auch. Zusätzliche Schadung, 6% der Def. Oh ja, sowas brauche ich noch auf meinem Bellagio. Also gerade auch die Artefakte nicht vergessen. Das ist ja gerade bei den Top-Playern dann immer noch ein bisschen mehr dabei. Ihr seht jetzt hier so von den Werten her hat er nochmal locker 20 Speed mehr zu dem, was glaube ich der gute Makubu beziehungsweise Dangerous und Ik zusammen hatten irgendwie. Also hier kann man sogar noch schneller den Bellagio bauen und auf dem Crit-Damage spielt, aber das denkt natürlich alles an eurer Rune-Qualität. Leute, ist auch klar, wie realistisch ist das, diese Werte zu erreichen für einen Durchschnittsspieler. Deswegen ist, wahrscheinlich sind meine Werte und die von Makubu schon sehr schwierig zu erreichen. Deswegen, ja, aber so in die Richtung baut man Bellagio, um das mal zu zeigen. Ja, das ist wirklich, der drückt dann richtig viel Schaden, gerade mit seiner zweiten Fähigkeit, Bestrafung. Gerade wenn vielleicht noch ein Deathbreak drauf ist, selbst auch ohne. Wenn der kritelt, dann, uff, ja, also das ist wirklich, das ist wirklich, das brennt zweimal, sage ich nur. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt, das war Bellagio, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen genauer an, wie das Ganze jetzt mit Eladriel aussieht. So, dann für das nächste Monster, was wir uns hier angucken, den guten Eladriel, habe ich mir bei den Account von der guten Anubis mal geschnappt, beziehungsweise aus meinem Gen- und Belagerungskampf gesucht und dachte mir, ja, der Eladriel, den kann man zeigen, so für den Anfang, sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Das ist sozusagen die Version, wo ich sagen würde, ja, so als Beginner kann man den auf jeden Fall nutzen, der sieht nicht so verkehrt aus, hier fehlen natürlich noch Artefakte, ja, so eine Beginner-Version wäre das wahrscheinlich nicht so schlecht, der ist hier auf einem Vio-Gegenangriff-Bild, sie schwört hier so ein bisschen auf Gegenangriff, man kann das auch auf Nemesis setzen, ich glaube Vio plus X, also je nachdem, was ihr da für ein Set drauf packt, könnt ihr theoretisch auch ein Frost-Set draufpacken oder was auch immer, was euch halt noch Stats gibt, so, wäre wahrscheinlich nicht schlecht, Gegenangriff kann man natürlich auch machen, gerade wegen der ersten Fähigkeit, weil die halt stript, generell zu den Fähigkeiten von Eladriel, die erste ist wieder analog zu den anderen beiden, die zweite ist analog zu Ariel, ja, Ariel hat ja auch diesen 50% HP hier für ein Ziel und die dritte macht ihn wieder unique, Gnade des Erzengels, hier entzieht er sich selber Leben um die Hälfte und gewährt zwei Runden langen Seelenschutz auf sich selbst, dabei erholt er aber oder dabei wiederbelebt er sozusagen alle Totenverbündeten in der Zeit, ja, natürlich außer sie sollten irgendwie mit einem Spell gekillt worden sein, der wiederbeleben verhindert, das natürlich dann nicht, aber er belebt dann alle Verbündeten wieder mit 30% ihrer HP und selber geht da quasi um die Hälfte runter, aber hat noch einen Seelenschutz auf sich, selbst was übrigens mit dem letzten Patch dazu gekommen ist, also es ist noch nicht so lange her, dass er diesen Seelenschutz hat. Zusätzlich verbraucht er dann pro wiederbelebten Verbündeten selber nochmal 15%, das heißt, zu den 50% kommt dann noch jeweils, je mehr ihr quasi wiederbelebt, ja, Abzug wieder dazu, das bedeutet, deswegen ist es auch sehr sinnvoll, hier auf Vio zu gehen, weil wenn ihr quasi Gnade des Erzengels macht, geht ihr low HP, ihr habt zwar diesen Seelenschutz, aber wenn ihr dann auch den Vio-Proc noch rausziehen könnt und euch vielleicht einfach healen, dann steht ihr da fast wieder mit Full-HP, also nicht mit Full-HP sowieso nicht, aber so fast, dann steht ihr da einfach so da, habt quasi den Seelenschutz drauf, eure Verbündeten sind alle wieder da und der Gegner darf wieder von neuen starten und ja, deswegen ist glaube ich ein Vio-Set auf Eladria hier keine schlechte Variante, ob man jetzt auf Gegenangriff geht oder auf Nemesis, das kann jedem selbst überlassen sein, ich persönlich finde die Idee mit Nemesis gar nicht so schlecht, da muss er aber noch ein Stück schneller sein, ja, aber das ist mal die Frage, das hängt wahrscheinlich von eurer Ruhenqualität ab, was ihr ruhen könnt, der Kollege ist hier auf einem Speed, auf einem HP, Defense, HP-Blade sogar, deswegen auch so wenig Speed, also man kann hier theoretisch auch auf Speed, HP, Defense machen, aber da muss man halt gucken, wie man mit den restlichen Sets halt hinbekommt, wieder ein recht hohes Verhältnis aus HP und Defense, hier natürlich dann wieder mehr HP wie Defense, so wie das hier quasi die gute Anubis hier gemacht hat, von daher kann man den so zeigen, ich würde euch jetzt noch mal zwei Varianten zeigen, wie man den noch bauen kann, generell, nochmal bevor wir das machen, von der Anwendbarkeit, ihr könnt Eladria zum Beispiel hier benutzen, diese Kombination ist Jan-Theomas-Eladria, ist ziemlich eklige Defense, die man sicherlich in den Top-Gilden nicht mehr sieht, aber die ist auf jeden Fall im Guardian-Bereich, im unteren Guardian-Bereich noch durchaus eine recht gute Variante, hat die besitzt mit der, okay, wir haben noch nicht so viele Records, weil die Gilder ist recht neu, aber das ist eigentlich eine recht gute Variante, wie man das spielen kann, ich glaube, wenn man einen Erzengel hat, dann hat man auf jeden Fall Jan is free to play, Theomas ist auch kind of free to play, also das ist halt eine Defense, die man recht ordentlich stellen kann, aber generell kann man Eladria auch seit dem letzten Buff auch noch ein bisschen mehr nutzen, man kann den noch in Tartarus nutzen, vielleicht kommt er auch in ATA noch ein bisschen mehr zum Vorschein aufgrund seines letzten Buffs mit dem Seelenschutz, mittlerweile, also ich meine, der kommt jetzt wieder so sehr nah, auch wenn es nicht gleich ist, aber sehr nah an Taranis ran, für Leute, die vielleicht noch kein Taranis haben, vielleicht mehr auf so eine Support-Variante mit Eladria setzen, aber das muss ich noch zeigen, das ist glaube ich, der Patch noch einfach zu frisch, als dass man da schon was sagen kann. Eine etwas andere Variante Eladria zu bauen ist dieser Kollege hier, ist wieder von dem guten Juldo aus der Gilde Yggdrasil, wieder einer der Top-Gilden hier auf dem EU-Server, wir gucken uns mal an, wie sein Eladria gebaut ist, der ist hier auf einem etwas anderen Bild, als das wir gerade gesehen haben, der ist hier wieder auf einem Vio-Beset, ich hatte es ja gesagt, entweder Vio und dann je nachdem, was ihr noch bekommt an Stats, und hier wurde halt darauf geachtet, dass die Resistance recht hoch ist, das hatten wir an dem restlichen im anderen Bild davor wartet noch nicht so, Speed, HP, Defense ist hier der Call, kann man auch bauen für Tartaros Labyrinth, ihr seht, hier ist noch deutlich mehr Speed drin, aufgrund der Speed Rune auf Satz 2, und wir haben hier ein recht anderes Verhältnis, was die HP-Defense angeht, hier ist ein bisschen weniger HP dabei, als das wir vorher gesehen haben, dafür aber ein Stück mehr Defense und 100 Resistance, der wird hier, ich weiß gar nicht, wie viel der gebaut ist, in welchem Bereich der hier genutzt wird, vielleicht ist der auch für ein Genobelagerungskontent gedacht, wieder die Defense, die ich gerade gezeigt habe, oder in anderen Bereichen, kann er vielleicht auch noch gespielt werden, also in anderen Defenses kann er vielleicht auch noch gespielt werden, das wäre eine Variante, wie man ihn noch ruhen kann, und dann habe ich noch eine andere Variante gefunden, die vielleicht noch mehr in den PvP-Aspekt rückt, und dazu springen wir mal auf den Account von dem guten Cawthon nochmal, den wir ja gerade schon gesehen hatten. So, und der gute Cawthon hat sein Eladriel auf einem recht ähnlichen Bild zu dem, was wir gerade gesehen hatten, von Giudo gebaut, also zumindest, wenn man sich die Werte so anguckt, ist das doch vergleichbar, ja, also es sind ähnliche Ausschläge, es lohnt noch ein bisschen mehr HP, als das da vorher der Fall war, auf so einem typischen Supporter-Bild, der sehr viel Resistance hat und einfach wenig Debuffs kriegen will, und wenn er Damage kassiert, finde ich, das ist sogar noch ein bisschen optimalerer Bild, auf Grundlage dessen, dass das Nemesis-Set, halt ihr braucht für ein Nemesis-Set recht viel Speed, Eladriel erweckt den Speed und hat jetzt noch zusätzlich die 111 Speed dazu, was ich ziemlich gut finde und dann mit einem Nemesis-Set könnte man eventuell, ich habe das noch nicht so getestet, aber ich glaube, man kann hier durchaus viel öfter dann auch selber an einen Turn kommen durch das Set von dem Nemesis und deshalb macht diese Nemesis-Set hier wahrscheinlich auch Sinn, weil der ist, glaube ich, der schnellste Eladriel, den wir so bisher gesehen haben, im Übrigen hat er auch uns gebt, und ich wieder auf diesem typischen Support-Bild, also der ist hier auch wieder auf Speed, Defense, Defense sogar, also nicht Speed, HP, Defense, auch nochmal ein etwas anderer Bild, aber dafür muss er wohl in 10 für HP aus den Subsets holen, sonst, wie kommen sonst diese HP-Werte zustande? Krass, und hier auf der Rune ist sogar noch, also hier ist sogar noch Potenzial, also wenn man sich das so anguckt, hier ist sogar noch Potenzial, weil hier HP-Prozent innate ist, also, wow, er hat ja wahrscheinlich HP über die Artefakte geholt, genau, erste Fähigkeit Crit-Damage, zweite Fähigkeit Erholung, auch wieder sehr interessant, zusätzlicher Schaden um 2% der Defense, und er kriegt weniger Schaden von Feuer, auch nicht schlecht, also Eladriel hier als so richtig ekliger Support-Tank, der quasi dein Leben, dein Team am Leben halten will, auch eine sehr interessante Monster, glaube ich, und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen genauer die Light-in-Darkness-Varianten an. Wenn wir uns Atami anschauen, ich meine, das ist ja quasi das Signature-Monster für Summoner's War, damit wird er überall geworben, ein besserer Skin wäre noch schön, aber Atami ist ein wirklich sehr starkes Monster, da müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten, jeder hat schon mal über Atami gehört, vielleicht noch nicht jeder, wie man ihn richtig ruht, deswegen gucken wir uns das mal hier an. Himmlisches Schwert, wieder die erste Fähigkeit, analog zu den Erzengeln davor, Segen des Erzengels ist analog zu Ariel und Eladriel, wie der Single Target Heal, und Richter-Passiv ist sozusagen das, was ihn hier sehr unik macht. Wat ist dat? Das ist quasi ein Passiv, der ihn dazu befähigt, dass immer wenn Critz auf sich selber oder auf den Verbündeten gelandet werden, dass er dann gegenangreift und, also zurückangreift quasi und dabei noch jeweils den Anlaufsbalken um 10% erhöht von sich selbst, ja, das heißt, wenn ihr hier mit Multi-Hitzen reinlangt, dann jeweils erhöhtet den Anlaufsbereichen um 10%, was das ziemlich enorm macht. Gleichzeitig tickt noch so ein Richter-Passiv mit hoch, der sorgt dafür, dass deine Verteidigung um jeweils 10% steigt, maximal 10 mal kumulierbar, also das heißt, je öfter ihr quasi diesen Passiv getriggert habt, je ekliger wird er von seiner Defense her, von seinen Defense-Werten, was ihn dann halt noch mehr tanky macht. Von den Runenbilds her habe ich jetzt noch nicht so viele Varianz gesehen, deswegen gucken wir uns mal den ersten an, den ich hier aus der Monster-Info gefischt habe und das ist hier der gute Game-Bags. Gute ist, dass hier mal eine der wenigen Profil- oder Monster-Info-Einträge ist, die ja wirklich nicht so schlecht sind, hier fehlt nicht so viel, deswegen würde ich sagen, ja, so könnte man den für den ersten Wurf bauen auf einem Dispare-Set, also auf einem Qual-Set, der hier auf HP, Crit-Damage-Defense ist, man kann ihn noch auf Defense, Crit-Damage-Defense bauen, muss dann aber genug HP in den Substats haben, weil ihr seht ja mit dem Richter-Passiv-Stack deckt ihr sowieso Defense hoch, von daher lieber ein bisschen mehr HP, als dass ihr so die viel Defense draufpackt. Auf einem Crit-Damage-Bild, hier fehlt natürlich noch ein bisschen Crit-Rate, also, ihr braucht hier generell, braucht hier nicht so viel Speed, also, weil euer Passiv, ihr greift sowieso häufig einfach nur über den Passiv an, deswegen ist Speed jetzt hier, also ihr solltet jetzt keine Null-Speed haben, aber so die 70 Speed, vielleicht ein bisschen mehr als 70 Speed Plus, sind nicht so schlecht, damit kann man arbeiten, 4 Resistance, weil wenn ihr im CC seid, ist das quasi euer Kryptonit, also das wollt ihr nicht, deswegen 4 Resistance mit drauf, hier ist deswegen hier wahrscheinlich auch ein Frost-Set obendrauf, Crit-Rate, Crit-Damage, damit er einfach mehr drückt und ja, das ist, so kann man Atamiel so für den ersten Wurf bauen, denke ich mal, das ist nicht so verkehrt, wir gucken uns dann mal einen zweiten Schritt, ich hab noch einen zweiten Atamiel gefunden, wieder in den World Boss-Gores und der ist wahrscheinlich nochmal ein Stück besser, als das, was wir hier jetzt gesehen haben. So und für den Atamiel gucken wir uns mal ein bisschen genau das Profil von dem guten Herrn oder Frau Firefox an, ja, ich tippe mal auf Herr und das ist jetzt kein Browser, so wie man das vielleicht denken könnte, sondern der Kollege hat, ich hab das auch nochmal über andere Seiten gesehen, der Kollege hat nicht nur diese LDNet5, er hat auch noch einen Thermion, leider ist er nicht draußen, sonst hätte ich ihn gerne mal gezeigt, vielleicht hat er den ja auch gebaut, Thermion werden wir uns ja gleich nochmal anschauen, aber Leute, hier ist einfach mal eine A7 am Start, eine Limer und ein Atamiel, ich weiß, dass noch ein Fermion drauf ist, also man kann ja bestimmte andere Seiten, ich hab da letztens irgendeine Seite gesehen, wo er mal sein JSON-File hochgeladen hat, da, ja, ich glaube, da ist sogar noch ein LDNet5 drauf, also LDNet5 technisch läuft sie auf dem Account und ihr seht hier den Atamiel, hier hat er deutlich mehr HP, weil die ich eingangs gesagt hatte, deutlich mehr HP, weil die Defense deckt er sowieso durch den Passiv hoch, ihr habt, wie gesagt, plus 70 Speed, Minimum, ich denke mal 88 ist ein guter Wert, Crit Rate, Crit Damage, der hat hier deutlich mehr Crit Rate, als wir das vorher gesehen hatten, dafür hatte der andere ein bisschen mehr Crit Damage, ähm, ja, ich würde auch ein bisschen mehr Crit Rate empfehlen, vielleicht eine Mischung aus beiden wäre vielleicht noch besser und hier ist natürlich, hier ist ein Problem, hier fehlt Resistance, ne, trotzdem wieder auf einem, okay, er hat ein Wille Bild, auf einem, ähm, Qual Wille Bild, hier hätte man vielleicht darüber legen können, ob man vielleicht noch ein bisschen mehr Resistance reinmacht, zumindest überlegt hat, empfehlen, der ist wieder auf Defense, Crit Damage, HP, macht wahrscheinlich auch Sinn, viel HP zu machen, vielleicht kann man sogar auch auf HP Grid Damage, HP gehen, muss dann aber sehr viel Defense in den Substats haben, wäre vielleicht auch eine Variante, Atamiel zu bauen, ansonsten wieder vor allem würde ich hier nochmal gucken, dass Resistance dabei ist, weil ihr wollt halt wirklich nicht in CC kommen, äh, mit Atamiel, weil sonst könnt ihr halt nicht gegenangreifen und, äh, das ist ja quasi die gesamte Mechanik von Atamiel, das macht ihn auch so eklig, gerade in Verbindung mit dem Qualset, um das nochmal zu zeigen, um nochmal drauf einzugehen, das Qualset sorgt ja dafür, dass wenn ihr gegenangreift, die Möglichkeit hat zu stun, also mit der Auto-Attack, ne, das heißt, wenn ihr quasi mit jedem eurer Monster angreift und Atamiel strippt und stunt euch, also weil der kann halt durch seine erste Fähigkeit, äh, wenn er den Gegenangriff ausführt, kann er ja strippen, also quasi den Debuffs runternehmen, wie zum Beispiel Immunity, kann er runternehmen und sofort dafür sorgen, dass du gestunt wirst. Bäh, ja, also, das ist schon ziemlich eklig, ich weiß gar nicht, ob das sofort funktioniert, ob quasi Strip und Stunt quasi hintereinander passieren, in einer, in einer Fähigkeit oder ob das quasi dann nacheinander passiert, so oder so, ist es eklig, dass er quasi mit dem Gegenangriff sozusagen strippen kann und, äh, damit sozusagen jegliche Buffs, die du versuchst draufzupacken, um dich gegen ihn zu protecten, so ein bisschen nutzlos sind und, ja, deswegen das Einzige, was Atami hier wahrscheinlich hier richtig hart countert, sind, ähm, ist eben CC oder der Oblivion-Debuff, den Tesarion zum Beispiel vermachen kann, also Unbewusstheit, wie das ja auf Deutsch heißt, dieser Debuff, der würde ihn wahrscheinlich, der würde ja, der macht ja den Passiv aus, dann sozusagen, der macht ja sorgt dafür, dass der Passiv nicht funktioniert und das würde Atami dann wahrscheinlich richtig nutzlos machen, deswegen ist es hier sehr sinnvoll, Resistance noch zu stacken, weil Resistance halt dafür sorgt, dass man eben so eine Debuff nicht kassiert und ist natürlich keine Garantie, aber ich meine, ihr wollt ja quasi das Maximale aus eurem Atami hier rausholen, zumindest würde ich das machen, wenn ich keinen hätte, also der würde meine besten Runen bekommen, der Kerl. Ist natürlich auch so, dass das Profil, was ich jetzt hier einsehen kann, dass das muss ja nicht der Atami sein, den er auch in der Realtime Arena nutzt, ne, das sehe ich natürlich nicht, wenn man von außen nur über die World Boss Score reinguckt, sieht man ja bloß die PvE-Monster, leider, für die PvP-Player natürlich, Gott sei Dank, weil wenn jeder deine Runen einsehen kann, ihr seid auch ein bisschen vorausgerechnet, gerade in den Top-Kilos, ist natürlich scheiße, aber für uns Leute, die vielleicht noch ein bisschen was mitlernen wollen, von den besseren Spielern, die vielleicht auch mal lernen wollen, wie ruht man denn eigentlich, die noch gar keine Ahnung haben, wie man sowas baut, ist dann natürlich irgendwie wieder so ein schmaler Grat, also ich kann mir vorstellen, dass der Atami vielleicht hier von Firefox in der Realtime Arena deutlich besser geruht ist noch, vielleicht auch nicht, ja, kann man nur mutmaßen. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber zum letzten Erzengel, das ist der gute Fermion und dann sind wir auch schon durch mit dem Video. Der letzte Erzengel im Bunde ist der gute Fermion und aus meiner Sicht so ein bisschen der ungeliebte Bruder zu Atami, habe ich so den Eindruck, obwohl ich das gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Wer einem gut geruhten Fermion schon mal entgegengetreten ist, der wird auch so ein bisschen Sorgen gehabt haben, bin ich der Meinung. Wenn man das mal ein bisschen vergleicht, auch mit die Basiswerte, mit zum Beispiel Veladjul, dann sieht man auch nochmal so gerade in den Damage-Stats nochmal einen ordentlichen Spike, also man sieht hier nochmal, die Defense von Fermion hat 878, Veladjul 790 und Veladjul kann ja schon mit seiner zweiten und ersten Fähigkeit recht viel Damage drücken und Fermion kann das in Verbindung mit seinem Passiv sogar noch mehr. Also Fermion ist so ein bisschen so eine Mischung aus, sag ich mal, Control- und Damage-Dealer-Monster. Das sehen wir gleich nochmal in dem Passiv. Wir gucken uns mal die Fähigkeit ein bisschen konkreter an. Die erste Fähigkeit, der himmlische Schwert, wie vorher auch schon, kann den Gegner strippen und entsprechend der Defense Schaden drücken. Davon haben wir auf Fermion eine Menge, was Defense angeht. Bestrafung, ähnlich zu Veladjul. Veladjul hat quasi auch wieder diese bestrafenden Fähigkeit mit einem Zwei-Runden-Cooler. Hier steht drei Runden, aber wenn der ausgeskillt ist, sind es zwei Runden. Und dann haben wir den Perherscher-Passiv, der ihn wieder sehr unique macht, den kein anderer Erzange hat, der dafür sorgt, dass sobald ihr Verbündete noch am Leben habt aus eurem Team, erhaltet ihr weniger Schaden. Je mehr Verbündete am Leben sind und der Schaden, den du noch zusätzlich machst, wird erhöht, soweit deine Verbündeten sterben sollten. Also sollten die Verbündeten vor dir sterben, drückt Fermion einfach noch mehr Schaden. Zusätzlich macht er dann noch dann, mit jeder Fähigkeit, die er hat, kann er dann noch durch den Passiv Gegner provozieren, also provoken. Und das ist auch ziemlich ähnlich. Deswegen sagte ich so eine Mischung aus Kontrolle und Damage, weil mit dem Provoke sorgst du halt dafür, dass der Gegner dich halt angreifen muss. Kann ich mir durchaus vorstellen, wenn deine Verbündeten alle tot sind, dass das vielleicht ein bisschen hinderlich ist. Aber wenn deine Verbündeten noch am Leben sind und du sozusagen um Fermion rum ein Team hast, was am Leben bleibt, dann ist das natürlich ziemlich eklig, weil die greifen alle Fermion an, der kriegt weniger Schaden und drückt trotzdem Damage, auch ohne den Passiv und auch ohne den Passiv, drückt der eine Menge Schaden, weil er einfach auch sehr viel Base Defense hat. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten, wie man den bauen kann. Ich habe jetzt zwei verschiedene Builds gesehen, die so gängig sind, denke ich mal. Ich glaube, im Top Elo wird der wahrscheinlich mehr auf Vio gebaut, so wie eigentlich alle. Aber man kann ihn auch auf einem Vampir-Set spielen. Und das gucken wir uns jetzt mal konkret an in der Monster-Info. Hier fand ich einen richtig guten Beitrag von dem Titan, heißt der gute Mann hier, von G.O.W. Der Titan hatte hier, so kann man glaube ich den Fermion so im ersten Schritt mal bauen auf Vampir, wenn man diese Runen hat. Für mich macht das auch sehr viel Sinn, auf den Vampir-Wild zu gehen, weil das dann wieder so sehr mit seiner zweiten, mit seinem Passiv synergiert, sagen wir es mal so. Ja, also dass quasi selbst wenn dein Verbündeten tot sind, du dann trotzdem durch den Provoke angegriffen wirst, dass du dich selber einfach am Leben erhältst durch Vampir. Warum nicht? Also finde ich an sich keine schlechte Idee. Mit Gegenangriff passiert es wieder so ähnliches Konzept wie mit dem Atami-Passiv-Leute. Also wenn man Gegenangreift, provoken, strippen, also ziemlich eklig. Was ich mir hier mehr wünschen würde bei dem Bild, der ist natürlich noch nicht perfekt, aber was ich mir hier mehr wünschen würde, wäre, Defense ist natürlich solide, Bruder, die ist richtig solide, der ist wahrscheinlich auf einem Defense- Crit-Damage-Defense-Bild, aber HP ist noch ein bisschen dünn. Die HP ist ein bisschen dünn und wahrscheinlich könnte auch ein bisschen mehr Speed noch bekommen. Crit-Rate, Crit-Damage ist glaube ich so grundlegend erstmal fein, wenn man dazu anpeilt. Aber das sieht mal nicht schlecht aus und ihr seht, ja, HP, ne? Hier sind noch Möglichkeiten, die HP hochzuschrauben. Ich hätte sogar, ich würde sogar bei dem Bild, ich würde sogar überlegen, ob ich hier vielleicht sogar noch ein HP reinmachen würde. Ein HP-Dings. Er ist dann sogar noch ein Vampireffekt. Ich glaube, der Vampireffekt, ich weiß nicht, ob der Kollege das weiß, aber der Vampireffekt gilt nicht für das Vampire-Set. Leider, dieser Vampireffekt vom Artefakt gilt nur für den Vampire-Buff von Ager, was übrigens das einzige Monster, als wer diesen Vampire-Waff hat. Deswegen glaube ich nicht, dass das für dieses Vampire-Set hier zur Anwendung kommt. Unabhängig davon, das ist eine Möglichkeit, wie ihr den bauen könnt, auf so einem typischen Damage-Dealer-Bild. Ich würde ihn aber eigentlich sehr ähnlich bauen wie Velazuel von den Stats her. Und vom Ruinset kann man den entweder hier auf einem Vampire-Set bauen mit Gegenangriff. Das ist eine Möglichkeit, klar, warum nicht? Man kann natürlich, man muss auch nicht Gegenangriff haben, man kann auch so etwas wie Blade oder so etwas nehmen, wenn man so weit noch gar nicht ist, noch weiter in die Anfängerrichtung hat, um einfach noch mehr Stats zu bekommen. Und dann habe ich noch einen anderen Kollegen hier gefunden. Leider habe ich halt niemanden in den Top-Elos gefunden. Das würde mich halt sehr interessieren. Ich weiß, dass der Kollege Firefox, den wir uns bei Atami anguckt haben, dass der so ein Ding, glaube ich, hat, aber nicht draußen stehen. Und ich habe auch keine Kontaktmöglichkeit zu ihm persönlich. Deswegen habe ich aber den hier gefunden, der auch nicht so schlecht ist. Also der ist wirklich richtig gut, um es mal untertrieben zu sagen. Also der ist wirklich nochmal ein ordentlicher Sprung von Coebradodo, heißt der Kollege hier, was auch immer das heißt. Und das ist auch in einem Vio-Bild, nicht auf Vampir. Nochmal deutlich tankiger, auch noch deutlich mehr Defense, nochmal 100 Defense mehr, mehr Speed, sehr schön, ein bisschen weniger Crit-Damage als der Kollege vorher, was nicht so schlimm ist, man liegt der Meinung, der drückt so schon genug Schaden wahrscheinlich. Und die Artefakte sind hier natürlich auch schon drauf. Hier nochmal schöne Artefakte, wo Schaden an Wind und alles so weiter dabei ist. Generell können ihm auch so Sachen wie erhaltener Schaden von irgendwelchen Attributen, das wird einfach reduziert, sehr helfen. Gerade, wenn die Verbündeten tot sind und die zweite Fähigkeit, Crit-Damage Holy. Also die sieht auch ziemlich gut aus, das Monster hier. Speed, Crit-Damage, Defense, wieder sehr ähnlich zu dem Veladjul, nur halt hier noch mit Gegenangriff, gerade weil da Passiv halt provoken kann und zusätzlich noch Stripped durch die erste Fähigkeit, was den Gegenangriff halt noch mächtiger macht. Deswegen ist es hier auch sinnvoller, hier noch einen Gegenangriff zu nutzen, anders als beispielsweise bei Veladjul. Man weiß nicht, ob man hier vielleicht sogar auf einem Wille-Bild gehen kann oder vielleicht sogar auf eine Nemesis, wahrscheinlich eher nicht. Aber Vioset ist glaube ich kein schlechter Call. Vio, Vampir, sowas in der Richtung. Und wichtig, meiner Meinung nach, ist ein guter Fermion, das ist bei den Erzengeln eigentlich auch so, Speed, Leute. Speed ist wirklich, also gerade auch für die Anfänger, die vielleicht noch gar nicht wissen, wie man sowas baut, so eine Bruiser baut, so die 200 Speed könnt ihr fast bei allen Off-Tanks, die sozusagen so eine Mischung aus Überleben, aber trotzdem Schaden darstellen wollen, so wie Fermion hier, ist es nicht schlecht, einfach 200 Speed grundlegend drauf zu bekommen, also nicht plus 200, sondern insgesamt so um die 200. Der Kollege ist hier bei 198, ja, das ist so die unterste Grenze, würde ich mal so sagen, aber so ab 200 ist schon ziemlich solide. Also wenn ihr denn dieses Setz hinbekommt mit 200 Speed, dann habt ihr einen gut geruhnten Fermion beziehungsweise anderen Erzengel, den ihr da so rumstehen habt. Natürlich sind die Erzengel, wie wir das jetzt schon mitgekriegt haben, jeweils unterschiedlich zu bauen, Ariel und Eladriel, haben natürlich ganz andere Builds als zum Beispiel Fermion, Artamiel oder Veladjul, aber trotzdem glaube ich, das ist eine sehr interessante Monsterfamilie und ja, mehr habe ich jetzt erstmal für euch nicht, was die Erzengel angeht. Wenn ihr, sage ich mal, noch Leute kennt, die noch mehr LDNetFives irgendwie rumliegen haben aus den 5-Sterne-Familien, würde mich das sehr interessieren. Schreibt mich gerne mal an, wenn ihr sagt, hey Duki, du kannst doch gerne mal vielleicht für so ein Monster-Showcase ja auch meinen Monster mal zeigen, am besten wäre, wenn ihr dafür wirklich schon ein bisschen weiter nach oben seid, also ich zeige natürlich auch gerne mal so eine Anfangervariante, ist auch nicht schlecht, ja, mal zu zeigen, okay, womit kann man starten, würde ich halt so auch meine Meinung mal dazu abgeben, wie ich das einschätzen würde, aber was natürlich auch gerne mal sehen würde, vielleicht auch für die Leute, die hier regelmäßig dieses Wort gucken, um sich auch zu verbessern, sind halt wirklich richtig gut geruhnte Licht- und Darkness-Varianten. Die normalen Elemente, die findet man eigentlich immer noch irgendwie in den Word-Boss-Scores, aber gerade die LD-Varianten finden. Das war's gewesen für die Erzengel, für dieses Video, war wieder ein bisschen länger, aber ihr wisst ja, wenn wir sowas machen, dann muss es halt umfangreicher sein, weil ihr könnt euch ja, je nachdem welchen Erzengel euch interessiert, skippt ihr halt das entsprechende Video oder ihr guckt es einfach komplett durch, dann unterstützt ihr mich am besten so nochmal, weil der YouTube-Algorithmus sowas natürlich trackt, Kinder, ich weiß Bescheid, ich sehe euch da draußen in diesen ganzen Skipper, ja, wenn ihr noch weitere Monster-Familien sehen wollt, ich habe das ja schon im Droiden-Video bemerkt, dass ihr da sehr interessiert anscheinend dran seid, schreibt es gerne wieder drunter, ja, je mehr Kommentare, umso besser, so hilft es auch weiter anderen Leuten hier sozusagen auf den Content aufmerksam zu werden, liked, lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht habt, ja, und wenn ihr noch weitere Video-Ideen oder was habt, schmeißt es einfach alle in die Kommentare, ich schreibe mir nicht alles auf, kann natürlich alles nicht sofort kommen, aber nach und nach arbeite ich mich dann da durch und hoffe, dass dieses Video euch wieder ein bisschen weitergeholfen hat, ich bin raus für heute, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal.